Oh Mann, oh Mann, willkommen zurück mit Daisy und wir bringen uns gerade in Stellung rund um Elektro. Hallo Jungs, seid ihr bereit? Ja. Okay, ganz kurz, Curry. Tommy, du bist verrückt. Da oben vom Polizeiturm hätte man dich sofort schießen können. Ja, da ist wohl keiner. Komm, 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 Curry. Warte, warte, die anderen müssen noch aufschließen. Warte kurz. Okay. Schule war auch frei, Schule war auch frei, Schule war auch frei. Ja, Elektro sind wir hier. PvP-Server, wer die letzten Folgen nicht verfolgt hat. Es geht heiß hier. Wir hatten eigentlich schon eine Flucht geschafft. Sind trotzdem wieder zurück, weil wir dann einen Typen da hochnehmen wollten. Der ist allerdings wieder verschwunden scheinbar. So, und wir sind ja auch noch mit ein paar Kollegen unterwegs, die leider alle gestorben sind. Sind keine wirklichen Neulinge, aber alle gestorben. Und wir sind jetzt mit denen hier... Wir sind gerade ein bisschen wieder zu viel verteilt, finde ich. Ja, ich bleibe jetzt mal hier stehen. Eigentlich müssen wir... Die Newbies müssten ein bisschen voraus gehen. Der Tommy muss auch ein bisschen voraus gehen, Leute. Newbies, geht mal voraus, ihr beiden hier. Geht mal los, 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 los. Geht vor, geht vor, geht vor. Der Tommy muss ein bisschen zurückkommen. Tommy, komm du wieder zurück zu uns. Komm mit der Angelo. Wir schließen jetzt auf auf die... Schüsse. Deswegen die Newbies vorschicken. Leute, das war Feuerwehrstation. Feuerwehrstation, okay. Hey Curry, sag den Dings, die sollen da hingehen. Meint ihr Feuerwehrstation? Wo kommen die her? Warte Curry, warte Curry, warte Curry. Nicht weiter gegen Curry, nicht weiter gegen Curry. Tommy ist tot. Rechts von der Feuerwache. Wie Tommy ist tot. Komm rüber. Wurde auch gerade gesagt. Nicht unser Tommy. Nicht Tommy, der Angelo, sondern der andere Tommy. Mann, Mann, Mann. Okay. Rechts von der Feuerwache. Wollen wir da vorne an das gelbe Haus, an die Wand? Da vorne steht ja ein Jubi von uns. Ja, ist eine gute Idee. Renn vor. Action. Decken, 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 Decken. Was gut ist, da vorne sind jetzt überall Mauern. Du mit dem grünen T-Shirt, du mit dem grünen T-Shirt. Ey, 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 drück mich doch nicht weg, Alter. Du mit dem grünen T-Shirt, geht vor. Du mit dem grünen T-Shirt, geh mal rüber, renn mal über die Straßenseite. Zu dem anderen Newbie rüber. Los. Okay, auf den wurde nicht geschossen. Wir wollen ja, ganz kurz, wir wollen ja hinter die Feuerwehrstation. Hört mal auf, Tommy, hör mal bitte auf zu glitschen. Sollen die also quasi einmal umlaufen, ne? Ja. Okay, pass auf, Curry, ganz kurz, ganz kurz zur Info. Warte. Da sind alles Mauern, da können wir eigentlich... Pass auf, die beiden sind rüber gelaufen, die drei sind rüber gelaufen und wurden nicht angeschossen. Der Tommy rennt auch rüber. Sollten wir auch machen. Okay, ich stehe auf und los. Balle. Ja, ich bin am Start, ich renne. Gut. Ja, so, jetzt pass mal auf, ich gucke mal eben. Jetzt können wir... Hier haben wir genug Platz, hier haben wir genug Platz. Auch wenn das eine lange Strecke ist, die Newbies, die laufen jetzt. Warte, warte, ganz kurz, Curry, eine Sache. Äh, zwei Newbies oder ein Newbie, guckt mal links auf das Feld. Stellt euch mal bitte dahin, falls jemand von der Küste kommt. So, jetzt brauchen wir aber jemanden. Leute, jetzt brauchen wir jemanden, der hier einmal über die Hauptstraße, über die Bahngleise und da hinten an die Mauer rennt. Okay. Das macht unsere Dame hier. Ja. Du bist ein Held. Okay, du musst über die Straße zu der Mauer da hinten, über die Gleise. Siehst du das? Fallout Girl. Die Arme ist doch schon gestorben. Hat jetzt gerade wieder Ausrüstung. Oder der... Ja, Deckung. Ja, das ist jetzt gerade eigentlich egal. Auch wenn es jetzt hart klingt. Du mit dem grauen T-Shirt, renn du jetzt zur Mauer rüber. Komm, renn zur Mauer rüber. Ja, dann renn zur Mauer rüber. Rennt mal bitte einer zu der Mauer rüber. Über die Schiene. Über die Straße, über die Schienen, zur Mauer. Los, komm. Du mit dem grauen T-Shirt. Ich mach das jetzt. Ich auch, Curry, komm. Nee, warte, der Paddy macht das, der Paddy macht das. Komm zurück, Curry, komm zurück, Curry. Bitte da. Paddy, rennt, es geht gut. Kein Schuss, seid ruhig, seid ruhig, seid ruhig. Okay, aufstehen, los. Los. Sehr geil. Ja, Leute, seid ruhig, nicht über den Spiel-Chat, Mann. So, wir müssen jetzt einkesseln. Ich glaube, ich kann über die Mauer gucken. Ah, ich glaube, ich habe sie gesehen. Warte mal kurz. Wo seid ihr gerade? Dann schließe ich mal zu euch auf. Wenn ihr es mich an oder noch glitschen, tret dich immer als Tommy, sag mal. Stopp, 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 stopp. Ich habe gerade, die sind gegenüber der Straße in dem Mähnenhof, wo der Boden ist. Sie sollen nicht reden, Curry, sagt ihnen das mal bitte. Nicht im Spiel-Chat reden, Leute. Seid mal kurz ruhig jetzt. Komm, Curry, komm, komm, Curry. Und möglichst an der Mauer, möglichst an der Mauer lang. Die Newbies müssen vorgehen, die Newbies müssen vorgehen. Okay, ich gucke in die Feuerwehrstation. Ich glaube, da oben habe ich einen gesehen. Warte mal. Was ist da hinten? Da hinten ist was. Da rennt einer, da rennt ein Spieler. Der ist neu. Ganz vorne auf den Gleisen. Nicht schießen, nicht schießen, nicht schießen. Der hat uns nicht bemerkt, nicht schießen. Wir gehen jetzt, hier ist ein Loch in der Wand, da gehen wir durch. Der Newbie ist rübergerannt, Curry, die hat es gepackt. Da können wir da gar nicht durch. Ja, da wollen wir aber nicht hin. Aber von da aus können wir uns, haben wir einen schutzvollen Feuerwehrstation, Alter. Verstehst du nicht? Ja, aber der meinte doch gerade, dass die in dem Innenhof da sind, an dem Brunnen. Okay, okay. War ja auch nicht super. Ja, wir müssen reagieren jetzt mal, Jungs. Sonst sind die gleich nicht mehr am Brunnen. Denkst du, die trinken noch zwei Jahre? Ja, kommt mit. Folgt mir. Ich folge dir, Curry. Ich bin hinter dir. Go, 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 go. Rein hier, rein hier. Jungs, ich bin jetzt in der Schule. Eine Sekunde, Benni. Eine Sekunde, Benni. Stopp, stopp. Bleib mal hier stehen. Gegenüber, da ist eine Tür offen. Okay. Curry. Ich versuche... Das wäre mit Braumschuh. Das ist einer von uns. Das ist einer von uns. Balle, nicht schießen. Nee, der gehört nicht zu uns. So, jetzt seid mal kurz ruhig, bitte. Da ist eine Tür offen und rechts davon ist ein Gang. So ein Bogengang. Ja. Da rennen jetzt zwei von uns rennen jetzt in die Tür und zwei von uns in den Gang. Rennen in die Tür. Der Dennis kommt mit mir in den Gang. Okay, drei, zwei, eins. Go Curry. Los. Okay, Action. Rein ins Haus, Walle. Rein ins Haus, Walle. Direkt rein. Tommy, kommst du mit in die Tür? Jo. Stopp, 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 stopp. Da liegt wer. Tot. Wo liegt wer? Am Brunnen. Ja, ruhig. Warte, Dennis, pass auf. Hinter dir. Rechts. Von der Kirche kann auch jemand kommen. Tommy, bist du bei mir? Boah, was ist denn schon hinter dir? Ich bin in diesem Rundplan. Mach die Tür hinter uns zu. Ey, Jungs, wenn die hier rumlaufen, die laufen mit uns hier rum und machen, ziehen nicht mal ihre Waffe. Das ist scheiße. Die verraten unsere Position, Alter. Da liegt einer tot am Runde. Ach, wer glitscht mich jetzt hier raus? Ey, das ist doch... Ist der, ist der, ist der gut ausgerüstet, der Typ? Der hat auf jeden Fall einen netten Rucksack gehabt. Ich gehe einmal kurz nach oben. Hier liegen diverse Dosen. Der hat sich ja umgerüstet. Ey, kommt mal mit den Folgen gemacht. Leute, hier ist irgendwer, glaube ich, im Haus. Ich bin... Nein! Oh, du bist in den Stocken tiefer durch die Wand gefallen. Ja. Ja, ihr dürft euch nicht rumglitschen, Leute. Okay, am Dings fliegen ganz viele. So, warte mal kurz. Curry, hier ist super scheiße. Der könnte hier oben im Haus sein. Hat die dann durchgeholt. Die Hintertür zu, Leute, Mann. Geht die nicht zu? Doch. So. Curry, ich check die Etage oben. Hast du gehört? Ja, ja, ja. Da steht einer. Wer ist das? Schieß doch. Schieß doch. Nein, der ist doch von uns. Jungs, ich komme jetzt zur Kirche. Ich komme vom Krankenhaus. Der mit orangenem Cap? Ja, schon. Okay. Wer bist du? Ich würde jetzt gerne was am Brunnen trinken. Ich komme von hinter der Kirche. Wer bist du? Wer? Der mit der... Nein, sag mal ruhig. Military-Mütze. Wer bist du hier mit der orangenen Jacke? Wer ist das? Der gehört nicht zu uns, oder? Ich schieße auf dich. Wenn du nicht antwortest, schieße ich dich. Ich bin am Brunnen. Seid ihr in dem Haus? Vorsicht. Nicht da rein. Was? Er gehört zu uns, Curry angeblich. Okay, ich gehe jetzt am Brunnen trinken, Jungs. Gib sie mir... Vorsicht, schüsse. Oh. Er hat gesagt, er gehört nicht zu uns. Hast du ihn erschossen? Ich habe ihn jetzt erschossen. Okay. Vielleicht hat er... Ich gehe am Brunnen trinken. Ich gehe am Brunnen trinken. Aber der Bronzemier hat gesagt, er gehört zu uns. Achtung, gebt mir Deckung. Da kommt ein Zombie. Kann ich mal weg, weg machen? Wer ist der Spieler mit dem braunen Oberteil da hinten? Ein anderer. Der gehört nicht zu uns, ne? Ne. Vorsicht. Komm mit dem Zombie, pass auf. Ich habe keine Axt. Tommy, der muss das drüber nehmen. Zombie vorbei. Was ist denn für ein Glück? Ey, wer hat hier die Tür wieder aufgemacht? Mann. Jetzt lade ich einfach mal nach. 30er... Er ist ein Spieler mit einem braunen Oberteil drin. Das könnte ein... ...dings sein. Darf ich jetzt mal kurz am Brunnen trinken, bevor ich hier irgendwie noch wieder verdurste? Und kann mir einer mal die Zombies von mir einzeigen? Der Zombie ist immer noch da, Leute. Einfach einfach... Trinke jetzt am Brunnen. Einmal, ja? In Ruhe. Nee, trinke. Klick einfach drauf. Klick einfach durchgehend drauf. Die Tür ist schon wieder auf bei euch, Leute. Ja, ist beschissen. Okay, ich muss auch schnell was trinken danach. Okay, ich gehe jetzt zurück. Das ist spannend. Bin nicht hydraten, weißt du? Okay, ich komme rüber zu euch ins Haus. Ich komme zu rüber euch ins Haus. Das dauert ja manchmal ein bisschen, oder? Bis Hydrated kommt. Nee, komm. Scheiß drauf. Wer kommt jetzt zurück? Welches Haus? Ich gehe. Achtung, mach mir den Weg. Ah, Curry und ich sind hier. Okay, ist in Ordnung. Okay, wo wollen wir jetzt hin, Leute? Wollen wir... Wir wissen ja nicht, wo die sind. Feuerwehrstation. Da danach. Eigentlich müssten wir die Feuerwehrstation sichern. Alter, du stehst im Weg. Ja. Sorry. Wollte ich jetzt an dich. Curry, ich check die Etage oben ab. Ich gehe nochmal zum Brunnen kurz. Ich bin immer noch nicht hydrated. Ich muss noch was trinken. Können wir hier eine Deckung geben? Curry, Feuerwehrstation ist sauber. Ja. Okay, eins, zwei, go. So, das muss jetzt reichen. Hydrated. Nein, tot! Nein! Feuerwehrstation. Danke für eure Deckung. Oh, fuck. Ja, beim Sniper, was soll man da machen? Wo ist der Typ? War ein Sniper. Ja, aus der Feuerwehrstation. Nein, da war keiner. Der war woanders. Da war keiner in der Feuerwehrstation. Der ist irgendwo da in der Richtung. Der Typ. Oh, no. Warte mal, Walle, du hast doch den... Ach, man kann dich gar nicht wiederholen, ne? Ja, ich bin tot. Das ist der Typ. Okay, der... Gib dem Njobi mal Bescheid, Curry. Der soll dahin gehen, wo der Saraz ist. Um zu wissen, wo der Typ ist. Oh, man. Ein Schuss hat gereicht. Ich hab nur ganz kurz getrunken und bin wieder zurückgelaufen. Ja, du hast es zu riskiert, Alter. Ja, ich musste trinken. Gib mal eine zur Leiche von Walle. Nimm mal eine M4 mit. Gib mal einer zur Leiche von Walle. Der Newbie. Geh mal hin, komm. Holt euch mal das Zeug. Hol dir den Loot vom Sarazar. Los, geh hin. Aber Achtung, der wird sofort auch abgeknallt, ne? Wir wollen wissen, von wo der schießt. Geh hin, geh hin. Geh hin. Wir warten zu lange. Geh hin. Wo bin ich denn gespawnt hier? In irgendeinem Kuhdorf. Keine Ahnung. Oh, wieder ein Schuss. Er lebt noch. Unser Freund lebt noch. Okay, Curry, deutlich aus der Gasse. Lebt nicht mehr, er ist tot. Nein, er lebt noch. Angeschossen. Er lebt noch. Noch ein Schuss abbekommen. Leute, er ist links bei uns im Haus. Ja, ne? Links neben dem Haus. Von links. Ach, scheiße, Mann. Da wurde ich wieder. Er muss ganz, ganz, ganz ruhig sein. Ganz, ganz ruhig sein. Der lebt nach. Der ist links im Haus. Curry, stürmen. Ja. Ja, der lebt nach, ne? Ja, komm. Curry, stürmen. Wer schießt da? Der immer noch. Nee, das war der nicht. Doch, ich glaube schon. Doch, ich meine auch. Nicht sicher. Geht's im Haus, ne? Die laden nach. Wer lädt da nach? Das sind die Spieler, ne? Die stehen bei uns im Haus. Nee, die sind im Haus hier drin. Oder der Gaule-Tote, alter. Curry, wollen wir stürmen? Wo willst du denn hin stürmen? Rein ins Haus und die wegholen. Die rechnen nicht damit. Wir müssen ruhig sein. Eigentlich müssen zwei vorne und zwei hinten rein. Wir brauchen die verfickten Newbies da in dem Fall. Ach nee, zwei vorne und zwei hinten ist doof. Curry, komm, mach die Scheiße jetzt auf hier. Wir machen das jetzt. Heißt du, nur weil ich nicht hydrated war, weißt du? Super behindert. Welches ist mein los? Ja, links neben uns. Benny und Tommy. Ihr geht jetzt hinten aus dem Haus. Hört mir mal kurz zu. Ihr geht jetzt hinten aus dem Haus. Der Curry und ich gehen vorne aus dem Haus. Nicht, dass wir uns verwechseln. Und dann stürmen wir die Hütte. Wir müssen schnell machen. Welche Hütte ist es? Links von uns. Also Curry, wenn ich jetzt hier... Ist die links von mir jetzt? Oder rechts? Nee, von mir. Zeig mal. Okay. Von dir links, also hier. Rechts, rechts ist sie. Da haben die auf jeden Fall geschossen. Okay, Curry, bist du bereit? Ja. Ihr geht hinten raus, Jungs. Ihr geht hinten raus. Ihr geht hinten raus, Jungs. Ja, aber hinten, da schießt der ja hin. Leute, sagt dem Patty mal Bescheid, der soll... Nee, wenn wir jetzt hier reden, ist scheiße. Wie Curry, ich mach die Tür auf. Bist du bereit? Ja. Totaler Selbstmord, hier hinten rauszurennen. Hör's auf. Ja, also hinten würde ich auch nicht rausgehen. Wir sollten lieber zu viert vorne und dann jetzt einfach das andere raus. Nein, zu viert vorne ist scheiße. Zu viert vorne ist scheiße, aber wir glitschen. Im Moment glitschen wir nicht. Warte, seid mal ruhig, seid mal ruhig. Oh, Schuss. Ja. Bist du auf mich? Nee, ich weiß es nicht. Ich weiß, woher. Es kommt aus der Gasse. Ich brauche nicht so ewig das Elektro. Ich bin gleich da in 10 Minuten oder so, denke ich. Es kommt nicht von der Feuerwehrstation, Curry. Nee, in der Gasse. Ich mach hier aber sicher, jetzt habe ich die Tür zu. Wo bist du, Tommy? Ich bin hinterm Haus jetzt. Und ich glaube, in dem Haus ist er auch, weil die Hintertür ist offen. Aber der hat auf uns geschossen, Leute. Wie geht das? Der kam, die Schütze kam aus der Gasse. Wo bin ich an der Gasse vorbei? Da ist einer. Ich sehe ihn durch beide Häuser. Oder bist du das, Tommy? Du das, Tommy. Ich bin neben einer Mülltonne, quasi hinterm Haus, vor einer roten Tür. Ihr müsst auch die Schüsse ausmachen können. Das ist doch ganz nah bei euch. Sorry, wir sehen doch mal bitte die Waffe an. Ja, das bringt... Da war auf jeden Fall jemand. In der Gasse, ne? Jungs, ganz kurz. Hier rennt auch ein Spieler. Newbie? Ja, ich glaube, ja. Das ist eigentlich egal gerade. Ich bin in Kamishobo, das heißt, ich bin fünf Minuten da. Okay. Das heißt, ich kann mein Zeugs noch retten mit ein bisschen Glück. Habt ihr das noch im Auge? Ja, ich hab's im Auge. Sorry, pass auf. Euren dann zu den Brunnen. Sorry, guck mich mal an, Corey. Keiner kann das mitnehmen, ohne geschossen zu werden, ne? Da ist er irgendwo. Ja, ja, der ist entweder in dem Haus oder in der Gasse. Der ist in der Gasse. Weil ich, ähm, der hat geschossen. Ich bin nach hinten drei Schritte, dann hat er mich nicht mehr getroffen. Dann hat er auch wieder zu schießen. Da geht einer von hinten und vorne in die Gasse. Ich denke mal, die sind zu zweit. Okay, ich hab das Haus gerade im Visier gehabt. Ne, der ist doch an der Gasse, wo wir gerade vorbeigelaufen sind, oder nicht? Wir müssen da irgendwie, können wir auf der anderen Seite hier vom Haus raus? Nein. Können wir hier raus, aber das ist die Feierweite. Also ich glaube, ich glaube, dass er in dem Haus hier drin ist. Ich versuche gerade, ob wir das übergehen können. Ob wir in das Haus von hinten rein können, wo die drin sind. Ja, ich bin hier direkt hinter dem Eingang von dem Haus. Ihr müsst da nur mal hinkommen, halt. Okay. Sorry, wollen wir los? Wo willst du denn rein? Du willst ja jetzt nicht da hinten in den Hinterhof. Ne, rechts rum. Wir müssen da jetzt rein. Rechts rum, Curry, rechts rum. Ja, aber... Bis. Wir müssen vorne rein, Dennis. Irgendjemand hat die Tür gerade zugemacht hier. Und wieder auf. Und wieder zu und wieder auf. Aha. Die sind hier und warten. Die wollen, dass wir reinkommen hier. Grüße. Da kommt jemand rein bei uns. Aber das ist ein Freund, glaube ich. Ich sterbe gleich, Leute. Ich bin gleich tot, Alter. Ich habe nichts mehr zu trinken. Komm her, Curry. Komm her zu mir. Ich gucke, ob ich was habe. Ja, scheiße. Du hättest auch nichts mehr trinken können an dem Brunnen jetzt. Wir müssen die wegholen, sonst kann der Curry... Man hat ja gesehen gerade bei mir, wie schnell das ging. Komm, wir müssen jetzt zugreifen. Ey, ich sag's dir, der macht die ganze Zeit die rote Tür vor mir auf und zu. Der ist hier. Komm, Curry, los geht's. Der ist im zweiten Haus. Also in dem Haus. Und ich voll idiot wegen Hydrated, ey. Werd ich da erschossen. Aber kann ja keiner ahnen, kann ja keiner riechen. So ist es leider im Leben. Aber ich bin jetzt gleich da, Jungs. Der ist hier oben, der Typ. Der ist die Treppe hoch. Der ist die Treppe hoch. Unten ist keiner. Unten ist keiner. Tommy und Benny, rein ins Haus. Nach oben. Sofort nach oben und schießen. Sofort nach oben und schießen. Ah, mich hat's gewischt. Du bist tot. Ah. Hinter dir, hinter dir. Vorsicht. Welches Haus? Nein, bist du tot? Boah. Was? Ich hab ihn, tot. Er ist tot. Draußen ist noch einer, draußen ist noch einer. Ich guck erstmal, ob er was zu trinken hat. Draußen ist ein Sniper. Er hat nicht zu trinken. Draußen ist ein Sniper. Er hat nicht zu trinken. Aber wo? Ich wurde von hinten vom Fenster erwischt. Draußen, gegenüber am Haus. Ey, wer hat mich denn unconscious geschossen jetzt? Und jetzt bin ich tot. Ich komme dir zurück. Sag Bescheid, bevor er zurückkommt. Curry gegenüber. Bist du oben, Curry? Ich bin, ich krieg, ich bin gleich tot, Leute. Wir müssen den Sniper noch wegkommen, dann kannst du was trinken. Ah, der ist hier. Ah. Der ist hier drin mit M4. Ich bin tot. Ich bin bewusstlos. Ich bin auch schon tot. Benni. Ich hab's euch gesagt. Ich weiß nicht, in welchem Haus ihr wart. Ah, wieder die Absprache gescheitert. Alle tot jetzt. Ich bin bewusstlos nur. Ich hab halt das Haus, ich hab halt unser Haus nach hinten abgedeckt. Ich bin tot. Einer ist gegenüber vom Haus mit dem Sniper und der andere ist mit der M4 da drin. Und wo war das bei der Kirche, aber von der Kirche aus gesehen? Hm, hm. Vielleicht kann ich noch was retten. Wenn du von der Kirche auf den Brunnen hinläufst, rechts im Haus ist einer und links. Ich bin aber nur bewusstlos, Curry. Meinen sie erschießen mich auch einfach? Ja, wahrscheinlich, ne? Natürlich, erschießen die nicht. Ja. Weißt du, was das Problem auch bei Daisy ist? Du hast es nicht flüssig. Bis du da navigieren kannst. Ja, das hakelt immer so ein bisschen, ne? Bist du jetzt auch tot, Dennis? Die sind nicht auf der Feuerwehrwache, Alter. Ja, ich hab's leider nicht verstanden. Die sind nicht auf der Feuerwehrwache. Haben wir doch gesehen. Da ist keiner auf der Feuerwehrwache. Also ich bin jetzt auch ein Elektro. Ich würde eigentlich versuchen, weil ich hab sie eh nichts zu verlieren, mein Zeug irgendwie wiederzuholen. Die ist durch die Wand geglitscht und tot. Oh nein. Jetzt bin ich hier nur noch mit einem Nubi alleine. Ja, ich schick den in das Haus. Okay, helft mir kurz, das zu finden, Leute. Dann kann ich vielleicht noch was von unserem Zeug retten. Ja, da kannst du nix. Ich bin jetzt bei der Kirche. Ich bin jetzt vor der Kirche. Der ist, Alter, der ist. Von wo ist ich da lang? Ich hör wen reden. Ja, dann bist du richtig. Geh weiter. Geh zu der Stimme. Da redet grad jemand. In der Kirche. Ich bin richtig. Wer redet denn da? Wo seid ihr? Fuck. Das ist direkt nebenan das andere Haus, ne? Jungs. Ja. Ja, eins mit roter Tür. Der ist da oben mit Sniper. Auf ne Ecke. Frieden. Ey, Jungs, ich will nur mein Zeug holen. Ach, das kannst du vergessen. Ja, wer weiß. Ah, die sind da oben. Mach doch die Hände hoch. Wo sind die denn? Direkt nebenan. Und der andere Gegenüber halt. Ey, Jungs, da kann ich mein Zeug eben holen, ohne dass ihr mich erschießt? Danke. Hm. Ich hab mein Hunting-Backpack und mein M4 wieder. Ist ja schon mal etwas. Und jetzt knall in das Fenster rein, Alter. Recht uns alle. Nee. Ey, du hast grad mit denen geredet? Ich glaube, ja. Ich weiß nicht, wer es war. Ich kann's nicht genau sagen. Sonst hätten die dich ja eigentlich erschossen. Warum kannst du jetzt deine M4 wieder nehmen und so weiter? Könntest du doch rein und ich jetzt killen. Ja, wenn ich die jetzt kille und die haben mich wirklich leben lassen, wäre das verdammt, Assi. Wir haben dich da zuerst abgeknallt. Ja, das war auch die Regel auf dem PvP-Server, wo Elektro-Pvp ist. Okay, ich bin irgendwo gespawnt, Leute. Hier ist es ja gewesen auch. Liegen alles Sachen verteilt. Ach nee, die anderen, da kommt man ja nicht ran. Ja, bei mir ist wahrscheinlich auch eh wie viel ruined jetzt. Ja, ich finde, bei der sie ist das Problem, wenn du jetzt so einen Kampf hast, dass es nicht flüssig läuft, wie bei den anderen Spielen. Egal, ich hab meine M4 wieder. Boah. Scheiße, Mann. Ja, Curry, wo bist du? Hier hat sich auf jeden Fall auch wer verstanden, das ist hier oben im Gebäude. Aber das mit den Jubis, die haben es nicht gecheckt, was sie wollten. Ey, Benni? Ja? Wo bist du denn? Ich liege immer noch in einem Haus hier ganz oben. Das ist halt das Problem, wenn man halt nur mit denen über Spielchat kommunizieren kann. Das ist halt blöd. Ja, aber wir hätten alle als Truppe da reingehen müssen, nicht einer da, einer da, einer da. Boah, ich hab den ganzen Reis gegessen aus Versehen. Alles. Ja, meine Sachen kann ich mir abschminken. Ja, ich kann mal probieren, ob ich da noch rüberrennen kann, Curry. Ja, was bringt dir das, die Sachen, die kannst du ja trotzdem nicht mitnehmen. Doch, die M4 in der Hand. Ja, aber ich denk mal, die, die... Die M4, die du hattest, Alter, die war mega. Sitz da oben, direkt mit, ähm, mit einer M4 oder der. Zombie. Oh Mann, schieß, da wird gerufen, schieß. Das ist immer noch Action, Leute. Wer hat ja die Idee mit dem PvP-Server? Egal, das Nötigste konnte ich retten. So ein paar Klamotten kann ich verzichten. Scheiße, schießt wieder einer. Irgendein Scharfschütze. Ja, der wird da wieder die Leute beim Brunnen wegmailen. Wahrscheinlich. Das ist echt so eine miese Position. Ach, du heilige Kacke. Du weißt nicht mal, wo der Schweinehund sitzt. Ja gut, ich hab jetzt die lowe M4 wieder. Ja. Immerhin. Zum Glück bin ich Kamishovo gestartet. Du bist der Erste, der gestorben ist wegen einem dummen Hydrated-Brunnen und hast alle deine Sachen zurück. Das ist so gemeint. Nee, ich hab nicht alles zurück. Ich bin gar nicht wegen Hydrated. Ich bin einfach nur zum Brunnen gelaufen. Eigentlich hättet ihr mir, hab ich gefragt, sogar euch noch, gebt mir Deckung. Und dann war es ein Schuss, pam, tot. Konnte ich halt nichts machen, also. Ich hab auch nicht alle Sachen wieder. Ich hab meine Klamotten nicht, ich renne jetzt hier halt in Jeans, aber ich hab meinen Rucksack in die M4. Das reicht ja. Den Rest finde ich ja wieder. Das ist ja easy. Oh, thirsty. Ich bin richtig durstig. Ich kann nicht zum Brunnen. Ich muss hier aus Elektro raus, irgendwie. Jungs, ich renne jetzt hier aus dem Ort raus. Bist du, Curry? Ich hoffe, dass ich nicht erschossen werde. Ohne Scheiß. Ich bring mich jetzt um. Hier lockt sich jemand ein. Hau ab. Nee, ich denk mal, dass einfach mal einer die Waffe aufgenommen hat. Ja, oder so. Oh Mann, ey. Ach, Curry, tut mir leid. Wir haben mal tapfer gefightet. Und im Prinzip haben wir es so gewollt. Ich dachte doch gar nichts. Ist doch alles okay. Im Prinzip haben wir es so gewollt, weil wir haben umgedreht. Aber du warst ja auch derjenige, der eigentlich nach Kamishovo wollte. Wo ich jetzt hinrenne und da irgendwie hoffentlich einen Brunnen finde. Oder hier vielleicht im Haus irgendwas zu trinken vielleicht. Übel, übel, übel. Ah, ich bin jetzt in Kamishovo. Ja, da hast du ja die Chance, hier noch hinzukommen. Ach, nee, meine Sachen sind, glaube ich, gleich weg. Ah, ich bin Kamishovo. Heiße, wir haben auch nichts zu trinken. Mein Charakter verdurstet jetzt. Das wäre es ja jetzt noch. Sachen zurückbekommen. Wer ist denn jetzt noch da an dem Ort? Sag mal, Jungs, in Kamishovo ist doch auch im Brunnen, ne? Ja. Okay, ob ich es bis zum Brunnen schaffen werde? Ihr könnt nicht vielleicht irgendwie versuchen, mit denen zu verhandeln oder sowas. Ja, ich bin jetzt rausgerannt. Ich kann es dir nicht sagen. Ja, aber der Benni ist doch noch da, oder? Ja, aber mein Mikro geht irgendwie nicht, glaube ich. Ach, stimmt, ach, stimmt. Schüsse. Im TS geht es, aber hier nicht. Ganz komisch. Ich glaube, ich werde beschossen. Jedenfalls sind hinten links viele Schüsse. Ich weiß nicht, ob die um mich gerichtet waren. Nein, Zombie hinter mir. Ah, verpiss dich, du Scheißvieh. Jetzt gar nicht gebrochen. Pass auf, ich muss jetzt nach Kamishovo rennen. Irgendwie, Disasterfolge heute wieder. Ja, und dann müsst ihr immer da zeigen, wo der Brunnen da ist. Du kannst mir das Leben retten, Curry, wenn du mir zeigst, wo da der Brunnen ist. Ich habe die Map, nehme ich gerade nicht auf. Wo bist du denn? Wen schießen die hier immer noch? Du die Waffe mal weg, damit ich schneller bin. Vielleicht gehören die drei auch gar nicht zusammen. Aber das glaube ich nicht. Die gehören zusammen. Das ist wahrscheinlich dieser Clan, der hier drauf ist. Es sind auch drei Curry. Oh, ich hoffe, ich schaffe es. I really need a drink. Hier sogar. Oh, Mann. Ich hätte natürlich am besten mich an die Sachen von Curry gewagt. Das wäre sinnvoller gewesen, hätte ich mir die M4 genommen. Ja, aber die Sachen, die lagen ja im Haus. Da, wo die Person noch mit der M4 steht. Ja, das haben wir ja noch reingeschossen. Ich bin ja da, ich habe da auch noch mit dem Curry hochgeschossen. Einen habe ich weggeholt. Der mit der Sniper. Der andere, der stand noch eine Etage höher. Kam der runter, oder was? Nee, nee. Ich bin ja hochgelaufen und dann stand der da um der Ecke. Aber war eine krasse Geschichte wieder. Also was wir wieder für spannende Folgen hatten jetzt. Hat trotzdem Spaß gemacht. Natürlich leider wieder draufgegangen. Hat trotzdem Spaß gemacht. Ja, wir kriegen unser Zeugs halt auch wieder zusammen. Und irgendwie werden wir schon wieder überleben. Ja, und ich würde mal sagen, wir sehen uns wieder in der nächsten Episode von DayZ. Drückt uns die Daumen. Wir machen jetzt mal eine kleine Sessionpause. Dann in der nächsten Folge wieder ein bisschen ausgerüsteter, will ich mal sagen. Und das kriegen wir schon noch hin. Mann, war das ein Abenteuer wieder, oder? Ja. Hammergeil. War gut. Was für ein Action. Also ganz ehrlich. Und einfach mal ganz groß Lob an euch alle. Auch wenn nicht immer alles koordiniert lief. Es war spannend und spaßig. Und natürlich habe ich mich zwischenzeitlich auch abgefuckt. Ja, ganz klar. Auch bei mir ist jetzt wieder viel verschwunden. Ich habe zum Glück meinen Rucksack und die M4 wieder. Aber das ist natürlich nichts im Vergleich dazu, was die ganze Gruppe jetzt verloren hat. Was wir da alles teuer uns erstanden haben. Aber wir wollten es auch nicht anders. So sieht es halt aus. Wir sind zurück nach der Flucht. Curry hatte vorgeschlagen. Lass nach Kamisho, wo erstmal einen ruhigen machen. Aber dann haben wir für die Zuschauer gesagt, wir gehen wieder rein, erleben die Action. Und wir haben sie erlebt. Wir haben Headshots bekommen und die Jungs haben uns aufgerieben. Immerhin hat der Curry noch wen festgenagelt. Ich wurde natürlich mal wieder direkt als Erster erwischt von irgendeinem Sniper. Das war Action vom Feinsten. Und wir verabschieden uns an dieser Stelle. Ne? Ja. Oder wollt ihr noch irgendwas dem anmerken? Benni, wo bist du eigentlich? Ich bin immer noch in dem Haus. Achso, bist du nicht mal geflüchtet? Ach guck mal, rennst du mir entgegen. Wer bist du? Wer ist das? Wo? Wer ist das? Keiner von uns wahrscheinlich. Wo denn? Hallo. Hast du was zu trinken, Alter, vielleicht für mich? Ach cool, Alter. Ja, Alter, komm mit. Ich muss kurz zum Brunnen nach Kamishovo. Da in Elektro ist eh alles tödlich. Ich habe gerade noch so meine M4 wiederbekommen und den Rucksack. War eine ganz schöne Action hier. So, wir verabschieden uns jetzt auch von dieser Episode. Und wie gesagt, ciao, Freunde. Hat viel Spaß gemacht, auch wenn es Action war vom Feinsten. Bis dahin. Tschüss. Bye, bye. Tschüss. Alter, Finne kann ich da nun mal wieder die Abmoderation mit anfangen. Was für eine üble Tat. Wir sind alle ausradiert worden. Dennoch viel Spaß dabei. Spannung, Hochspannung. Das waren auf jeden Fall actionhaltige PvP-Folgen. Oh, Backe. Ich bin gespannt, wo das uns in der nächsten Episode hinführt, wo wir wieder eine neue Session starten werden. Da freue ich mich sehr drauf. Gemeinsam mit dir. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.